Hallo und herzlich willkommen bei Turnon, das ist der Alex, ich bin der Jens und das ist das ZTE Blade V8 und darüber reden wir heute. So, ich habe jetzt hier das Blade, ZTE Blade V8. Erstmal schon, liebes ZTE Team, der Name geht viel zu schwer von der Brust und auch die ganzen anderen Geräte, die ihr auf dem Markt habt, die sind alle vom Namen her so kompliziert. Axon. Axon 7 und ZTE Blade V8 und Pro und sonstiges. Versucht das mal zu vereinfachen, um mal schon mal direkt mit den ersten Kritikpunkten einzusteigen. Das ist ein Mittelklasse-Telefon mit einem großen 5,2 Zoll Display, Qualcomm Snapdragon 435, 3 GB RAM, 32 GB interner Speicher, hat eine 13 Megapixel Front- und Rückkamera und auch noch eine zweite Linse auf der Rückseite für diese Tiefen und Schärfegedöns. Und damit haben wir das Telefon eigentlich auch schon erklärt. 2730 mAh Akku ungefähr, schreiben wir unten auch mal in die Daten rein. Und ein Fingerabdrucksensor und Full-HD-Display, Aluminiumrückseite, Plastik hier oben für den Empfang, Micro-SD-Karte kann reingesteckt werden. Das ist ein richtig dickes, fettes Paket, wie ihr hier Alex schon seht. Ihr packt das Ding aus und habt direkt eine VR-Cardboard mit dabei. Wie soll das gehen? Das alles kostet im UVP 270 Euro, gibt es mittlerweile auch schon günstiger, viel günstiger auf dem Markt. Ich habe das Gefühl, und genau deswegen wollte ich dieses Video machen, dass man ZTE nicht unterschätzen sollte in den nächsten Monaten. Du hast das Telefon jetzt schon ein paar Minuten sehen können. Was sagst du dazu? Für das Geld fühlt es sich an wie jedes andere Telefon auch, muss man dazu sagen. Klar. Es macht ja nichts neu. Es ist überhaupt nichts Besonderes im Grunde, aber das Spannende ist tatsächlich, dass es zu so einem Preis rausgehen kann. Zu im Netz, also jetzt nicht UVP, weil das ist natürlich immer ein bisschen mehr, aber zum Straßenpreis im Netz. Für, was war das, 230 Euro bis 250 Euro ist das auf jeden Fall eine Ansage. Die Qualität des Telefons, die Verarbeitung, beziehungsweise auch das, was die Kamera kann, ist in den Preissegmenten erstaunlich in Ordnung. Ja. Wobei man natürlich wieder sagen kann, warum macht man ein Telefon, das erstaunlich in Ordnung ist und macht nicht ein Telefon, das erstaunlich gut ist. Nun, da sind wir wieder beim Thema, es muss ja auch was für Leute geben, die nicht so viel Geld haben, die 1.000 Euro für ein Telefon ausgeben können. Und ich glaube, da versucht ZTE jetzt Fuß zu fassen. Da, wo sich zum Beispiel Kollegen wie Huawei und Co. mittlerweile verlieren. Auch richtig. Und auch OnePlus. Richtig, da auch. Die sind auch von den 300 Euro weg. Die sind jetzt auch bei 450 Euro mittlerweile. Und das OnePlus 5 wird wahrscheinlich auch irgendwo bei 500, 600 Euro wieder landen. What the fuck? Ja. Also es sind natürlich so Dinge mit bei, wo man sich denkt, warum? Zum Beispiel vorne der Aufdruck, 13 Megapixel Frontkamera, das ist unfassbar hässlich. Meine Fresse. Das kann weg. Also es ist natürlich toll, das draufzuschreiben, damit man weiß, dass es toll ist, weil die Frontkamera ist richtig scharf. Aber dann macht es doch mit so einem Kleber, den man dann abnehmen kann. Ja, so eine Folie am Anfang. Ja, ganz genau. Das reicht komplett aus. Das ist nicht so geil. Was man bei ZTE auch noch erwähnen muss, bei den High-End-Geräten, die, also zum Beispiel das X-17 und das andere, ich habe mich gerade in dem Kopf, da wird in Europa auch noch so ein kleiner, oder zwei so eine Gutscheine mit beigelegt. Einmal für einen Displaytausch kostenlos und einmal für einen Wasserschaden kostenlos. Das heißt, du kannst dein Telefon, also wenn es mal runterfällt und das Display ist kaputt, kannst du es austauschen lassen, komplett auswechseln lassen. Und wenn es dir mal ins Wasser fällt und wo einen Wasserschaden hast, kannst du es auch nochmal austauschen lassen. Was jetzt passiert, wenn jemand das zweite Display auch kaputt macht und dann ins Wasser legt, konnte man mir nicht sagen. Ja. Aber ich denke mal, es ist ja trotzdem ins Weißgerät. Ja, das wisst ihr ja. Auf jeden Fall gehen sie gerade einen sehr interessanten Weg. Und ich glaube, man sollte da in Zukunft mal darauf achten, was von HTC noch so kommt, äh, von ZTE noch so kommt. Ich bin gespannt. Sie haben auch mehrere Telefone noch gezeigt bei so einer Präsentation. Ja. Da gibt es eins mit so einem 5000 mAh-Schonfakt. 5000 mAh-Schonfakt. Also die suchen sich schon direkt so Leute raus, die ein gewisses Bedürftes haben und bauen dann das Telefon drumherum. Sind scheinbar alles Russen, weil alles hier in der Packung ist auf Russisch. Genau, das ist nur eine Verpackung für die Russen. Ja. So viel erstmal von uns zu ZTE und dem Blade V8. Habt ihr dann schon mal von ZTE ein Telefon besessen? Kauft ihr euch demnächst eins oder habt vor, eins zu kaufen? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare rein und wir schauen uns das in den nächsten Tagen mal an. Und wenn ihr Fragen an ZTE habt oder Kritik, dann schreibt das auch unten rein, dann sagen wir den Kollegen Bescheid und die gucken sich das mal an. Weil die brauchen sehr, sehr viel Feedback von euch, damit sie in Zukunft bessere Geräte bringen können. Ich glaube mittlerweile wird es Zeit, dass wir uns mal um einen Dual-Kamera-Shootout kümmern. Mittlerweile haben so viele Telefone Dual-Kameras, das wäre mal spannend. Übrigens, die ist nett, aber kann man nicht gebrauchen. Nicht der Meinung. Kann man bei allen. Also bis zum bestimmten Punkt. Genau, das können sie alle, nur bis zum bestimmten Punkt und danach wird es halt cringy. Ja. Lasst ein Abo da und ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und wir machen jetzt Musik. Schluss. Lass uns mal Musik machen. Wir machen jetzt Schluss. Ich glaube, so ein YouTuber, der Musik macht, das wäre geil. Okay. Ja, das können aber nur die, die jünger sind. Also so maximal 12 oder 14 Jahre. Zühre für den Zuhörer. Ja. Aber dann wäre es nicht mehrügig. Warum?